Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode EK Review News. Heute schauen wir uns mal hier in diesem kurzen Video von Tesla die neue Lobby an. Außerdem blicken wir auf die Produktion des Tesla Model 3 in China, denn die scheint sehr, sehr gut zu laufen und es gibt auch noch weitere Details in diesem Video, was so alles sehr gut läuft in China. Denn man hat natürlich einiges getan, damit es noch schneller und noch effizienter wird. Die gesamte Produktion wurde ja im Zuge des neuen Tesla Model 3 auch nochmal umgestellt. Und ich habe noch einige andere spannende Nachrichten vorbereitet. Wir starten also gleich mal rein hier mit diesem Video. Es ist also jetzt auch möglich und der Tobias Lind hat übrigens auch separat nochmal ein Video gemacht, dort in diese Eingangshalle zu gehen. Und da braucht man auch gar keinen Termin wohl zu. Also alles öffentlich zugänglich und man kann sich das entsprechend anschauen. Und ich muss sagen, es ist ihm doch richtig gut gelungen. Dann kann man auch nach oben gehen, man kann ein Käffchen trinken. Also das scheint jetzt alles möglich zu sein. Ich bin mal gespannt, wie schnell es passieren wird, dass dieser Platz ja an manchen Tagen, vor allem an Wochenenden, überfüllt sein wird. Aber wie gesagt, jetzt endlich ist die Lobby da auch mal offen. Ich hatte in einem Video auch gesagt, dass die Supercharger in Grünheide noch nicht offen sind. Dann hatten ja einige zu Recht geschrieben, dass sie dies schon sehen können. Und jetzt ist es auch offiziell. Also man kann in Grünheide jetzt auch an den neuen Superchargern laden. Da muss ich meine Informationen und euer Stand in der App überschnitten haben. Also dafür entschuldige ich mich nochmal. Also das kann man jetzt auch ganz normal. Und diese neuen Supercharger mit dem Kartenbezahlsystem sind dann jetzt auch online. Ja, wenn es um die Schiffe geht, ich hatte ja gestern auch über Indien gesprochen. Ich wollte es euch nur nochmal zeigen. Es kommen ja nun ganz viele Schiffe aus China mit dem entsprechenden Model 3 oder Model Y. Beim Model Y ja vorwiegend eben halt für den britischen Markt und beim Model 3 für ganz Europa. Und auf dem Weg zurück nehmen manche Schiffe dann entsprechend auch Fahrzeuge mit, die in die Türkei gehen oder nach Israel. Und jetzt dann in Zukunft vielleicht dann auch nach Indien. Und das macht ja auch Sinn. Indien und China haben ja nun nicht gerade die beste Freundschaft. Und somit kann dann Grünheide auch zu einem Export, ja, ein Exportprodukt hier haben, welches nicht nur in die Türkei und Israel geht, sondern sogar nach Indien. Wie groß die Nachfrage sein wird, das müssen wir noch abwarten. Die Nachfrage fürs Model 3 dagegen scheint sehr gut zu sein. Auch die Produktion scheint noch besser zu sein. Denn im Oktober wurden insgesamt 28.000 Fahrzeuge produziert. Also das sind schon 1.000 Stück am Tag fast. Und das ist für den Oktober. November, Dezember wird um einiges mehr sein. Also man scheint hier auf dem richtigen Weg zu sein. Es ist auf jeden Fall viel, viel mehr, als jetzt zum Beispiel Troy Tesla, der doch sehr, sehr kritisch bei den Erwartungen ist, erwartet hat. Also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wir kommen aber gleich noch mal auf Shanghai zu sprechen. Hier noch weitere Aufnahmen aus Austin, Texas. Man könnte jetzt witzeshalber sagen, das sieht doch aus wie bei Nioh mit dem Batteriewechsel. Nein, das ist natürlich nicht ein Batteriewechselsystem, sondern es handelt sich hier um eine Möglichkeit, die Autos sauber zu machen. Denn es ist ja immer noch eine Baustelle und die sind natürlich sonst vor Ablieferungen einfach dreckig. Und wir haben links auch nochmal ein schönes Bild, wie jetzt entsprechend dieser Cybertruck von oben ausschaut. In Amerika übrigens ist Tesla ja nun sehr erfolgreich. Das ist der größte Markt. Das ist der Heimatmarkt. Und wenn man jetzt bis in den Oktober schaut, sieht man, letztes Jahr waren es ja 400.000 Fahrzeuge. Und bei 50 Prozent Wachstum würde es bedeuten, man müsste die 600 dieses Jahr noch schaffen. Dafür sind ja noch November und Dezember da und das könnte tatsächlich klappen. Also 50 Prozent Wachstum in Amerika und dann aber auch insgesamt 600.000 Fahrzeuge zuzulassen. Das ist schon ein Meilenstein. Man muss einfach sagen, da wo die herkommen, die Tesla-Leute und das Belächeln der großen Autobauer wie eben halt Ford, aber auch GM. Ja, wenn man so drei, vier Jahre in die Zukunft schaut, das könnte richtig interessant werden, wo Tesla dann insgesamt im gesamten Automarkt in Amerika steht, wenn wir uns anschauen, wo die meisten Leute in Amerika Elektroautos kaufen, dann sieht man wirklich regional massive Unterschiede. Also Kalifornien ist ein Anteil von 25 Prozent, District of Columbia 19,4, Washington, Oregon, Nevada, alles zweistellig. Wenn man dann aber in so andere Bundesstaaten geht wie North Dakota, Mississippi, West Virginia, wird es gleich ganz, ganz wenig. Muss man auch sagen, dass ja da viele regionale Unterschiede bei der Förderung sind. Manche haben mehr. Kalifornien ist schon immer ein elektroautolastiger Bundesstaat gewesen. Da hat das ja auch sehr, sehr früh mit Tesla-Fahrzeugen durch die Fabrik in Fremont begonnen. Also man sieht, insgesamt kaufen mehr Amerikaner ein Elektroauto und das ist auch bewiesen. Das steigt auch an, nicht so schnell wie in Europa, aber langsam und stetig. Aber innerhalb von Amerika gibt es noch massive Unterschiede. Ich glaube, dass vor allem solche Bundesstaaten, die ja tendenziell republikanisch sind, die tendenziell sehr pick-up-lastig sind, dass da der Anteil für Tesla-Fahrzeuge dann jetzt mit dem Cybertruck in den nächsten Jahren auf jeden Fall steigen wird. Ja, dann haben wir noch einen Rückruf. Insgesamt gibt es ja 3,8 Millionen Elektroautos, wo man entsprechende Aktionen tätigen musste. Ob das jetzt ein Software-Update ist, das ist ja meistens der Fall. Aber es gibt 30.000 Fahrzeuge, die tatsächlich in die Werkstatt mussten. Und im vergangenen Jahr ist die Zahl der Rückrufe bei Tesla in den USA deutlich gestiegen. Also es gab, wie gesagt, einige Aktionen, die Tesla tätigen musste. Und dazu gehört auch das Yoke-Lenkrad, welches bei einigen ausgetauscht wurde in ein normales Lenkrad. Und da gibt es tatsächlich 30 Fälle. Ich weiß nicht, ob das eben halt auch deutsche Kunden betrifft. Bis dato weiß man nur von amerikanischen, wo das Airbag tatsächlich drinnen vergessen worden ist. Also da gibt es noch etwas, was hier entsprechend schiefgelaufen ist. Dann haben wir noch Tao Lin. Das ist ja die Chefin, wie gesagt, für Tesla in China. Und hier nochmal ein paar Informationen, die doch sehr interessant sind. Also man hat erstmal dafür gesorgt, dass alle Daten auch durch Datencenter in China bleiben. Das war ja etwas, was die Regierung Tesla vorgeschrieben hat. Außerdem ist durch das Gigacasting die Zeit, um das entsprechend herzustellen, von 1 bis 2 Stunden auf 3 bis 5 Minuten reduziert worden. Die Megafactory für die Megapacks entsprechend soll dann auch den globalen Markt bedienen. Also wahrscheinlich dann auch Europa. Und es gibt auch eine volle Automatisierung im Welding Workshop. Und wir haben auch noch alle 30 Sekunden, hier etwas missverständlich ausgedrückt, aber was gemeint ist, alle 30 Sekunden läuft ein Fahrzeug vom Band. Und sprich, alle 30 Sekunden muss ein Fahrzeug vom Band weggefahren werden, weil es fertig ist. Und das ist schon eine Wahnsinnszahl, wenn man sich das so überlegt. Und es sollen natürlich dann auch in Zukunft noch weitere Innovationen kommen. Und viele der Innovationen innerhalb des neuen Tesla Model 3 sind tatsächlich auch vom Research & Development Innovation Center in Shanghai durchgeführt worden. Also vieles optimiert worden, vor allem auch die Produktion. Und da können wir dann natürlich mal gespannt sein, was noch so mit dem Model Y passieren wird. Denn wir hatten ja hier bereits schon ein, zwei Änderungen wie im Model 3 gesehen. Und dann werden wir schauen, wie das Tesla Model 3 angenommen wird. Bis dato sind ja die Feedbacks sehr, sehr positiv. Wenn du bereits eins schon hast, dann lass mich gerne mal wissen, auch das Negative. Wir müssen ja wissen, was vielleicht doch nicht so gut ist, wie beim alten Tesla Model 3. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis dann und tschüss.